Wagner Immobilien ist Ihr Immobilien-Experte in Frankfurt und Umland. Unser familiengeführtes Unternehmen bietet von der Vermietung, Verkauf und der Mietverwaltung alles an rund um die Wohnimmobilie. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Branche stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Egal ob Sie einen Privatverkauf wünschen oder eine Vermietung Ihrer Wohn- oder Gewerbeimmobilie. Zusätzlich können Sie sich auf unsere Erfahrung und Kompetenz bei der Verwaltung von Häusern oder Wohneinheiten verlassen. Kommen Sie für eine persönliche Beratung einfach auf uns zu.